Jesus aus Nazareth hat die Worte, die der Hauptmann und die Wachsoldaten sprachen, nicht mehr gehört. Sein letzter Satz, unmittelbar vor dem Todesschrei, war ein Verzweiflungsruf und ein Gebet. Der Gekreuzigte, verfolgt als Gerechter, fällt ein in die Worte jenes 22. Psalms, mit dessen Hilfe die Gemeinde später Jesu Leidensweg beschrieben und gedeutet hat. Ein Gespött, der Menschen bin ich und dem Volk verachtet. Ausgeschüttet wie Wasser bin ich, alle meine Gebeine haben sich zertrennt, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Sachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und die Rotte der Bösen hat meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann sie zählen, alle meine Gebeine. Aber sie schauen und haben ihre Lust an mir, teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um meine Gewänder. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weine, aber Hilfe ist fern. Schrei und Verzweiflung und dennoch am Ende die Gewissheit geborgen zu sein. Eine Gewissheit, die den Schrei ins Seufzen und das Seufzen in die leise Formel des Gebetes verwandelt. Für einen Augenblick jedenfalls. Denn der letzte, grauenhafteste, Mark und Bein durchdringende Schrei, Jesu am gewissensten verbürgte Äußerung in der Stunde des Todes, der Aufschrei ohne Worte, er steht noch aus. Überwältigt freilich durch sechs Worte, die auf das Miteinander von Tod und Erlösung verweisend nach dem Eckze das Credo beschwören. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der letzte Gedanke des Evangelisten Matthäus gilt dem Toten. So dann jener Auferstehung, die Jerusalems Herrschende, dem jüdischen Rebellen wegen ihrer Machteinbuße feindlich gesinnte Schicht nicht zu verhindern wusste. Und er gilt, ergreifend zu sehen, einer Menschengruppe, die fast schon aus dem Blick geraten war, den Frauen. Während von treuen Gefolgsleuten und entschlossenen Paladinen keine Rede mehr ist, die Schar derer, die noch standhalten, ist winzig, kehrt sich in der letzten Stunde plötzlich alles um. Noch einmal werden die Fernsten zunäßten, halten Frauen und nicht Männer aus, erweist sich abermals die Stärke der Schwachen. Das Singen nun der Nächstenliebe und Barmherzigkeit leuchtet auf. Und das Wort, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen, gewinnt beim Abschied zeichenhafte Bedeutung. Nicht lange mehr, dann wird sich Maria aus Magdala auf den Weg zum Grab machen. Eine Bahn verfolgend, die im Haus Simons des Aussätzigen begann, im Zeichen einer Frau. Einer einzigen, die mutig und sanft war und zur rechten Zeit inmitten von Folter und Qual ein Gegenzeichen der Menschlichkeit aufrichtete. Das Öl, sagte Jesus, das sie über mich goss, war das Salböl des Todes. Ich sage euch, und das ist wahr, überall, wo diese Botschaft verkündet wird, in der ganzen Welt wird man berichten, was sie getan hat und wird ihrer gedenken. Ich glaube, es wäre gut, Jesu Leidensgeschichte von den Schwachen, Judas und Petrus und den Getreuesten, aber den Jüngern gegenüber noch immer bis zum heutigen Tag Nacht geordneten, den Frauen aus neu und inständig zu bedenken.